Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Bau. Ah, Gruppe Null hat sich gesammelt. Komplett. Wo habt ihr schon der Schaden gekriegt unterwegs? Gruppe Null repariert diesen Turm. Dach, Chef. Ausbau fertig. So soll es sein. Ja. Ja, mein Herr. Gut, die Barbarei hier oben ist für den Moment beendet. Gruppe Neun. Wir hätten gerne eine Taverne und ein Wohnhaus hier. Kein Problem. Hier können wir ausbauen. Das Gebäude ist ausgebaut. Und jetzt haben wir theoretisch die Möglichkeit, von hier oben aus auch runterzuschießen. Mit Vergnügen. Ich glaube, dass der Stall von dieser Seite aus erreichbar ist. Jawohl. Der Feind attackiert eure Siedlung. Wie wäre es, wenn das mal lässt, der Feind? Hörpü. Natürlich geht ihr direkt da drauf. Ja. Eure Aufgabe ist, ihr freizureihen, damit sie ihr Platz haben, um ein Wohnhaus für die Mine weiterzusetzen. Und ihr geht direkt auf die Mine drauf. So geht sie zu klumpen. Gell. Natürlich. So. Verstecken wir die Front hier mit zwei weiteren Türen. Ja. Na gut. Einfach ein bisschen abdecken. Da will der Feind nämlich schon an der Flanke vorbei. Für Ruhm und Ehre. Macht sie nieder. Schaut in die Ferne. Beide steinen ich hier. Hatten wir nicht schon gesehen. Ich meine nämlich grob zu erinnern. Da haben wir ihn. Ich zeige euch den Weg. Da haben wir unser Ziel. Der Begierde. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Unser Stall muss weg. ...Lichtung. Aber Holz gefällt mir. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ausbau vollbracht. Gruppe 9. Setzt mir ein Tandessen. Drei Gießer an den Strand. Ja. Aus Gründen. Ja, ja. Es ist Zahltag. Nur Mut. Wir werden siegen. Nur Mut. Wir werden siegen. Kommt ihr da dran? Das möchte ich erst mal prüfen. Wir sind von Natur aus da dran. Kommt, ob Schütze Tausend brauchen, das zu ihnen zu kriegen. Ihr werdet angegriffen. Okay, wenn ihr zuallererst den Kanonentum losst, dann könnt ihr euch da umkommeln. Ja. Beweg dich da weg. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Bis in den Tod. Kettisch. So, dann müssen wir, glaube ich, die beiden Kanonentüme erst mal weg. Bis in den Tod. Das Gebäude ist ausgebaut. Gut, gut. Was ist hier? Ich dachte schon. Kanone. Für Ruhm und Erd. Ihr könnt beide draufschießen. Auf in den Tod. Ihr habt keine Ausrede. Das Gebäude ist ausgebaut. Bis in einem. Das ist Wuche. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Das Gebäude ist ausgebaut. Ach, die Kanone ist nach hier unten gerichtet. Wisst ihr warum? Weil die Leibeigener von der neuen Gruppe Null, die wir gefordert haben, hier gestorben sind. Oder hier beschossen wurden. Hier ist wieder ein Schwertkämpfer gestorben, nicht wahr? Nein. Ausbau fertig. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Zeit, Tag. Für Ruhm und Ehre. Ich tue mein Bestes. Attacke. Ihr kommt da dran. Halt. Nur Mut. Wir werden siegen. Halt. Attacke. Ihr werdet angegriffen. Sofort. Seid unbesorgt. Wir erledigen das. Attacke. Wenn ich das zu zwingen muss. Ihr werdet da dran kommen an den Stall. Dafür sind wir genau die Richtigen. Sieht her. Euer Wunsch ist mir Befehl. Und da ist die andere. Wurde die frisch aufgebaut? Nein. Die ist nicht aufgebaut worden. Die stammt da schon. Für Ruhm und Ehre. Wir kümmern uns darum. Das kann ich. Von hier aus kommen wir da beide definitiv dran. Wir erledigen das. Für Ruhm und Ehre. Attacke. Wie ihr wünscht. Dafür sind wir genau die Richtigen. In Ordnung. Ich habe gesehen wozu ihr imstande seid. Hört auf mich zu verarschen. Seht ihr? Also. Wir werden siegen. Wir können nur noch so viel Leib eigenem Gegend reparieren. Das wird platt gehen. Ihr werdet angegriffen. Irgendwelche von euch müssen immer auf absoluten Selbstmordkurs gehen, oder? Zieht euch zurück. Formiert euch. Die Leute nach hinten stellen, damit sie den, äh... Wir kümmern uns darum. Beim Rückzug ist Marschmutzung, glaube ich, sogar ziemlich gut, weil die Truppen dann nicht beschossen werden können. Oder die Hauptmänner. Verteilt euch. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Attacke. Wir gehen jetzt hier voran. Es ist Zahltag. Langsam. Ihr werdet angegriffen. Vergleichsweise langsam tatsächlich. Nun, die machen das einfach weiter inzwischen. Ja. Unsere Schwerter rennen gern in ihren Tod rein. Ich sehe das schon. Ja. Jawohl. So, Erik sollte ganz vorne stehen. Zum Tanken. Die Kanonen werden das... Wendeweil brauchen, das Platz zu kriegen, aber sie werden es platt kriegen. Wir schicken dir ein bisschen Verstärkung, damit es besser geht. Hört auf, die Eisenschacht zu zaken und geht auf diesen Eisenhaufen. Das Gebäude ist ausgebildet. Natürlich. So und so. Ja, ist gut. Einmal ausbauen. Hier geht's langsam, aber sicher. Woran vor allem bin, dass die Leib eigenen, dass sie nicht in der Lage sind, andere Sachen zu reparieren, wenn wir gleich unseren Vormarsch durchführen. Kunti 5? Helft sogar noch. Schaut in die Ferne. Wir haben zuallererst einen Gegner, der hier ist und weg muss. Aber darum können sich die Truppen hier oben gleich kümmern, wenn die von hier oben aus mit Kanonen darunterschießen gehen. Zahltag. Ein Held ist in großer Gefahr. Erregt, das ist in Ordnung. Das ist Sinn der Übung. Fertig, Meister. Jawohl. Ja. Das ist zurückfallen. Das ist jetzt nicht ganz so Sinn der Übung gewesen. Folgt mir in den Kampf. Wie ihr wollt. Ja, natürlich. Jawohl. Ja, Herr. Nur Mut. Wir werden siegen. Ja. Das Gebäude ist ausgebaut. Äh. Zannhofer. Okay. Das war geweeft. Da haben wir nicht aufgepasst. Sei es drum. Das Gebäude ist ausgebaut. Natürlich. Hm. Wie werden wir sie los? Ja, wahrscheinlich ist ein Angriff von hier oben gerade das Sinnvollste. Beseitigt euch. Ihr werdet angegriffen. Nur den hier, wenn wir nicht so schnell fertig werden. Eure Siedler werden gesegnet. Da haben die kurz unsere Kanonen weggesneakt. Ich tue mein Bestes. Dafür sind wir genau die Richtigen. Direkt die nächsten sechs Kanonen gießen. Und dann fangen wir von Norden aus einen Angriff gegen unseren Feind hier an. Der wahrscheinlich sehr anfällig sein dürfte. Die hier haben auch keinen anderen Plan gehabt, als diese Truppe zu zerstören. Das ist in Ordnung. Das kann ich. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Drücken wir vor. Ergreift sie. Halt. Sofort. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ihr werdet angegriffen. Nur Mut. Wir werden siegen. Stopp. So. Seid gesegnet. Nein. Wir gehen jetzt Gruppe 7. Das war klar. Akt Holz. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Okay. Der Großteil der Feinde kommt tatsächlich von diesem Grauen hin. Der kommt auf das Dunkelgrauen. Und der Dachschiff kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm... Ich weiß noch nicht, wie ich die Reiterei genau benennen möchte als Gruppe. So soll es sein. In Ordnung. Eins, zwei, drei, vier ist vergeben, fünf ist vergeben, sechs ist vergeben, sieben ist vergeben. Wir machen euch trotzdem zu Gruppe fünf an der Stelle des Kundschafters. Ja, Herr. Ja. Schaut in die Ferne. Ergreift sie. Euer Wunsch ist mir befehlen. Ihr haltet hier die Front. Erik und die Kanonen geht hier inzwischen ein bisschen aufräumen. Oh, sieh an! Was haben wir denn hier? Arme fünf zum Angriff. Arme sechs zum Angriff. Ihr werdet angegriffen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Arme zwei, ihr haltet das nicht, wa? Ihr haltet das. Oh Gott, die Schwere werden hier niedergekämpft. Arme eins, lass uns zurückfallen. Ganz schnell. Kanonen. Fört da rein. Gruppe zwei, wir brauchen euch eine Verstärkung hier drüben. Erik, rückt vor. Natürlich. Ja. Verteilt euch. Ich tue mein Bestes. Ihr werdet nicht. So eine Kanone hier wurde erwischt. Schwerter sammelt euch hier. Die haben sich zu sehr verstreut und dadurch sind sie gestorben hier. Ja, mein Herr. Nein, nicht Ja, mein Herr. Wie sieht es hier drüben aus? Macht sie nieder. Okay, hier wurde aufgeräumt. Ja, mehr oder weniger mal sehen. Ey, Kunji, nein! Auf! Gruppe zwei, rettet ihn. Gruppe eins. Gruppe null, wir brauchen eine vorgeschobene Kaserne. Auf dieser Seite des Flusses. Hier ist kein Platz. Ihr werdet angegriffen. Gruppe zwei, da drauf. Gruppe vier, da drauf. Erik, geh hier hin. Armee eins, lass euch zurückfallen und frischt euch auf. Interessant. Gruppe neun. Kommt auf diese Seite mit rüber. Kunji, mitkommt. Dann haben wir den alten Fluss vorgehauen. Und der Dachchef. Ja. So, Eurek. Du übernimmst das Tanken. Ja, natürlich. Die Schützen rollen den ganzen Kram auf. Kanonen, folgt da hinten rein. Eine eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Die Feinde greifen ihn an. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Die Schwerter kümmern sich auch um die Defensive aufrechtzuerhalten. Ja. Eurek. Wir werden siegen. Macht sich zumindest nützlich, wenn du schon lange überwirst zu sterben. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Jawohl, Herr. Bis in den Tod. Das war bis, bevor ich dann was passieren würde. Schützen, kämpft die ganzen Feindlichen. Bis in den Tod. Fernkämpfer nieder. Bis in den Tod. Könnte fünf, ist noch im Leben. Ja. Jawohl. Bist du die hier, wollen an uns vorbei. Das sollen sie von mir aus. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Mein Dunkelgeraum kommt nicht mehr so viel, seitdem wir ihr Rekrutierungsgebäude zerschossen haben. Ja, mein Herr. Ihr kämpft sie denn nieder. Das ist uns bewusst, das ist schon in Ordnung. Gruppe 9. Platz für Kaserne, Stall oder Schießplatz? Nicht wirklich, nein. Okay, diese Brücke ist scheinbar nicht benutzbar. Nicht von dieser Seite aus zumindest, weil die blockiert ist. Jawohl. Ja. Ja. Ich tue mein Bestes. So, hebe der Rek mal kurz auf. Und schießt den Blitzertrug dann weg. Ja, mein Herr. Ihr werdet angegriffen. Äh, nun gut. Der Kunststoff ist von hier. Geh mal nach hier rüber. Wir müssen über das Eis. Haben wir 5 und haben wir 6. Geht hier. Gruppe 4. Nicht da drauf. Erik hat sich da selbst in seinen Tod gestürzt. Mach sie nieder. Jawohl. Sofort. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Jawohl. Fertig, Meister. Schützen da drauf. Kanonen. Stopp. Auf in den Kampf. Jawohl. Ergreift sie. Wie ihr wünscht. Auf in den Kampf. Werd die Infanterie los. Die könnte gefährlich werden. Kanonen. Werd den Schießplatz los. Er regeneriert dich. Können wir den auf den anderen Seite des Flusses übersetzen, ohne direkt zu sterben? Schaut in die Ferne. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen. Können wir das und tötet es uns? Ja. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Wird gemacht. Für Ruhm und Ehre. Wie ihr wünscht. Jawohl. Ja, natürlich. Ergreift sie. Ergreift sie. Jawohl. Gut. So soll es sein. In dieser Festung werden wir soweit ganz gut fertig. Ja, wir haben uns vielleicht die ganze Zeit über defensiver gegeben, als wir müssten. So soll es sein. Oh je. Schuss von oben. Wie ihr wollt. Erweckt hängen. Auf in den Kampf. Aber sicher doch. Auf in den Kampf. Ein Held ist in großer Gefahr. Harschuhe. Auf die Seite hoch. Nur Mut. Wir werden siegen. Lass die Kanonen nachrücken. Die Schwerter haben sich so weit als im Griff. Von dieser Seite kommt nicht mehr viel. Ah, kommt aus dem Ansprecher. Reiterei. Apropos Reiterei. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, aber sicher doch. So, die Armee ist hier dann gekommen, ist aber ein bisschen verstreut. Wir kümmern uns darum. Ich zeige euch den Weg. Eure Siedler werden gesegnet. Feinde greifen euch an. Darf ich bitten? Mit Vergnügen. So soll es sein. So, der Feind kommt nur noch aus dieser Richtung. Das heißt, wir müssen uns nur hier durchkämpfen. Sieht durch mein Fernglas. Hauptsicht hören wir, was das angeht. Wir machen einen langsamen Vorstands auf diese Seite. Osean, noch mehr von denen. Scharr, fies. Wir erledigen das. Okay, perfekt. Weißt du was? Das ist der einzige Aufstieg. Sammelt euch da. Der einzige Aufstieg zum Feind auf dieser Seite. Außer du, Kunji. Du hast nichts anzugreifen. Du hast zu gucken. Ich zeige euch den Weg. Du hast Augen zu machen. Auf in den Kamm. Schwerter. So soll es sein. Rück nach. Und versteckt diese Armee. Euer Wunsch ist mir Befehl. Leert sie das Fürchten. Halt. Feindliche Kavallerie. Wie ihr wünscht. Angriff. Leert sie das Fürchten. Du hast die Schweren. Und die Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Dann die Leichten. So soll es sein. Und jetzt werdet mit der Burg los. Kanonen. Ihr nicht. Ihr schießt auf Duster. Wollen wir Verluste erlitten?